willkommen hier zurück zu einer neuen folge mit unseren agon unser bauernrepublik der neue krieg steht an gegen sahur und dann schauen wir mal und was man muss man auch so ein bisschen und dann können wir auch schon direkt wieder gegen kastieren das erste mal dann können wir uns hier mal ein paar provinzen holen wir haben sogar schöne kronkohlen vielleicht können wir uns dann auch noch schnappen mal gucken muss noch mal sehen ansonsten ist ein paar rebellchen haben wir noch okay ich hätte dann aus trier wegen mir so ok hier gucken kann man den schönen krieger klären geht dann machen wir das doch gleich mal auf sie könnte eigentlich auch hier durchlaufen das ist natürlich ein bisschen einfacher hätte ich noch eine armee ach die sind hier oben genau da war ja noch so ein kleines rebellischen der muss da mal bleiben 21 aber warte mal du gehst mal runde du bleibst hier so der das lieber machen würde ich sagen dann stoppen muss das mal der kann mal rausfahren schädigt die schiffe werden ok es war nur eins net dann hast das ja du gehst da du bist dich eigentlich auch ein menschen sitzt durch die krim könnte sein dass sie das sich holen unter umständen so frankreich hat frieden gemacht wir haben dich was verloren hier und damit die was salisierung aufgegeben da habe ich jetzt leider keinen anspruch drauf und dann mal schnell spiel nach schnittzeug machen geht das bei den schnellen das wird wir ja nichts aber nochmal hätte doch ein schnelles machen mal gucken ob sich das vor jemand anderes wird oder ob wir es bekommen das hier funktioniert auch nicht mehr richtig mit diesen blöden dingen star reparieren doch ein mister wir sind leider rebellen drin ach nochmal ich bin irgendwo durchlaufen kümmer da kommt noch mal nach da unten so das soll die sich kurz um die rebellen kümmern auch mal deine schiffchen kommen will die mal ab so sauer ist besiegt jetzt habe ich hier dummerweise kein dienst da so zum seien bloß noch warten bis die anderen frieden machen ziel verbessert pause sehr schön so die haben das links aufgekündigt ist okay da würde ich sagen halt schiff nehmen rein da jetzt kommen ja auch noch rebellen die machen auch gleich weg so dankeschön und einmal das war die falsche taste und einmal dahin und wir haben konstant die nobel erfolgreich konvertiert jetzt kann man auch die hager so sehr nutzen papst einfluss und wir nehmen uns einmal sauerhaar ist okay das erledigt ach komm ich zur kammer wenn es mal okay hier besiegt sauer und sagen gehört nicht sehr wie eine gefahr wie die herren des westens an in argon jemals seine bestimmungen erfüllen sollen besiegt werden bei grüten reserve prestig sehr geil okay ich dachte ploppt jetzt ein fenster auf aber okay offenbar nicht schade das kommt leider dass die kamera wenn es mal in gallipoli und den nubel oder erfolgreich konvertiert ist ein bisschen teuer was sind jetzt mit der armee muss jetzt echter hochlaufen die armee platt machen und gehen 10.000 scheint so komme ich dahin ja komme ich gut dann lade ich mal da hoch würde ich sagen sie rebellchen weg machen und tschüss so du kannst kann man noch mehrere bizentinische marokkanische auch die marokkanischen kommen jetzt auch gleich nochmal hier ist jetzt schon der dritte könnte sein dass er sich das gleich schnappt die umkommen marokkanische raus okay warum auch immer auch wegen der neuerfassung der rekrutierung okay na gut lassen wir das mal so durchgehen moment das hat sie mit manufakturen aus das geil barcelona das könnte man bauen das handel lohnt sich auch nicht jungen vielleicht noch ein bisschen so die rolle ist tut und dann geht doch alles tut okay okay und echt also mal frieden machen ja okay wir sind einmal hier rüber schnappen uns den osman da noch okay das hat sich gerade erledigt irgendetwas noch mal erledigt gelten barcelona sehr schön diamant ist sich von barcelona entfernt und diamant viertel von barcelona bekriegen ja geil ist jetzt noch fetter dieser provinz gibt richtig fette bumis hier so geil geld 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 sehr gut die punkte mal nach vorne bringt sehr schön geht es dauern noch komm mal zurück ich glaube da wird frieden gemacht oh ja schottland und england haben einmal frieden gemacht dann wer sind jetzt mit den rebellen hier die sonnen kommen die wollen nicht ich wie es ist sehr belastend gerade so behalten man den überhaupt nicht ich würde sagen wir behalten die mal ja ja würde ich sagen so ein reichskonsul sehr schön landen müssen wir noch mal wegnehmen wenn wir mal gelegenheit dazu haben luka annektieren 15 7 began ist nochmal beziehungsweise du kommst bei hier rüber so jetzt können wir auch hierher gehen oh jetzt ist die frage natürlich exiliert sehr gut kann man hier oben noch ein bisschen besitzen gehen ich habe ja keine truppen mehr naja dann einmal durchlaufen so geht es aber nicht mein freund so jetzt aber und wieder zwei schiffe erobert sehr schön sehr schön was war es denn zwei transportschiffe ok die haben sie freilassen ok ich glaube ich kann nicht so lange warten komm ich hier durch ja kommen sie bestimmt gleich siehste hab ich doch gewusst äh da fühlt man sich schon manchmal ein bisschen verarscht nur so ein bisschen ja 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 er ist verblasen da ist ok so ränder ränder danke dann wo waren die andere achse da drübe ne dann gehen wir hierher hm also und dann hat hat sich hoffen den krieg erklärte was einigermaßen ok oder wurde wieder besetzt ok und da wurde frieden gemacht sehr schön ist bloß noch serbien ihren kriegen naja er redner wurde freigelassen aber wie geil ist das denn da gibt es viel zu erobern ok da weiß man ja gar nicht wo man zuerst angreifen soll ja da machen wir gleich einen anspruch drauf so viel an mir habe ich ja gar nicht wenn ich da angreifen kann sich schon jemanden komme ich da hinten auch nicht komme ich da hin da komme ich hin dann laufen wir darüber also würde ich sagen hm 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 okay vielleicht nicht wo komme ich nicht durch hier komme ich durch das ist doof muss man das anders machen kommt immer hier rüber ist mal dahin wo ein namen sagen wir sein mit ein bonus sehr schön müssen wir uns da mal um die rebelle kümmern so jetzt jetzt hierher gehe uns also ich bin im krieg dann geht das nicht glaube ich leider nicht sehr schade welche verbündeten dann noch mal hier ein spionage netzwerk hier oben kann man wieder auf team verbessern drücken und hier haben uns glaube ich schon genau alles klar so erledigt da hat sich aber jemand breit gemacht hier habe ich keine rekruten mehr das ist sehr belastend ich komme hier bretonische jetzt kommen wir durch ach man war das gleiche komme ich dahin nur umwege ok ich muss hier mal truppen jetzt rausnehmen sonst ist das kacke machen wir das mal so kommt ihr mal da raus ihr müsst da nicht stehen hier leider schon sehr schön 52 prozent okay ich muss mal glaube ich deine bauern da weg machen die stören mich meiner freien faltung die haben aber gut truppen jetzt hier verloren jaja das hier fällt mir gar nicht ich komme über ihre billen raus in ihre gründen sehr mal ja auch schon wieder keine mehr sehr belastend wäre die regierung dinge standards loggern bitte mal bisschen was an rekruten es geht da noch wieso lagerst du da nicht aber da mal den kümmer komplett nehmen und darüber laufen die kanone kommt noch mit dahin du gehst noch dahin du gehst dahin du gehst dahin so gehst auch noch dahin machen wir das so okay das da hat sich gerade erledigt das reicht leider nicht so hier oben ist auch alles durch das gehört bulgarien das auch und das auch das hier behalten wir selber ok das geht nach dem plan so ein haufen verluste hier immer noch zu viel sehe ich gerade irgendwie fehlt ja noch eine kanone ach da kommt sie so 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 das reicht nicht ganz machen wir das so okidoki da bin ich bin ich doch schon relativ zufrieden hier oben das hat sich erledigt ok so wie sind das mit kastieren das hast du so als österreich und portugal österreich und portugal guter kommenden holen vielleicht dazu nehmen mal gucken was habe ich denn meine verbünden stehen auf belagern so geld spielt keine rolle ich glaube davon haben wir genug wenn ich euch hier raus ziehe läuft ihr dann rein jo da war so österreich und frankreich haben frieden gemacht oder viele in die unabhängigkeit entlassen so kontaktiert von england mal leider nirgendwas für ansprüche wenn ich es richtig sehe ne schade man könnte sie theoretisch vassalisieren die nicht ok aber wenn jung hat hier ansprüche du hast da noch eine campurins von den kann ich auch nicht vassalisieren aber der könnte den reich bei digital den reich beitreten ist ja richtig mist das könnte ein problem sein ok dann müssen wir mein spiel nachhaltig machen so bis zum 10 april war super na danke komm nicht dahinter ist ja bist na gut ich würde sagen die eine festung noch oder die 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 entweder so wo das wäre schön kommen wir jetzt noch nicht rein ok oder das ok da haben viele was dagegen erreicht leider die dings nicht ok dann so ich glaube dann müssen wir noch ein bisschen hin halten die leute das ist doof und der kann gut belagern das ist gut ein bisschen vier hier drüben jetzt fürchte ich hause hast du hier ansprüche hättest du bündelt mit tunesien auch sales doof ein wir können das bündnis brechen das ist jetzt nicht so das problem wenn man das bündeln kann kann er ja auch erstmal lassen auch erst mal lassen wer auch ermöglichen da kommen wir nicht hin okay das mit dir ist erohren zeit schulbisch nahe was doch so kommt ihr retten das frei ist so ja ist sich noch mal gegen den tuniser kämpfen ja auch keine armee war da ist das okay an sich einmal rüber machen wir das mal so tun es hat unsere küsse überall so eine sau das geht natürlich so nicht aber ich hätte es mal landen lassen sollen naja okay ist mir auch recht kreuz zu ich stehe jetzt die sind weggegangen jetzt so dass denn aber das ging schnell hier das muss ich schon mal jetzt so sein mit teppris wo ist ein teppris man weiß es nicht so sagt die ae 9 14 14 ok ja da war einmal bis nächsten monat würde ich sagen ja der kann gut belagern ich glaube müssen dass mir hier rüber ja doch wir machen das so das passt dann schon das muss ich nehmen sorry der tat ist verwechselt dass er mal mal luke reinkommt das könnte ein problem werden eventuell so wollen kann man kann da das ist natürlich alles ein bisschen günstig hier und der mag ist überhaupt nicht okay wir sind immer beziehung eben verbessern entweder abwanderung ok wobei dann mal das geht so nicht 95 prozent das sollte reichen also jetzt haben wir keinen diplomaten gar da ist okay so einmal dann rein sehr schön so schauen dass man hier noch tunesien auskriegen dem ließ was raus ja in art krieg ist einer der zwingen passt also jetzt möchte ich hier mal ein diplomaten und so wird es nicht ob ich dahin gehe aber gleich na okay er will mir kein geld geben dann gibt man kriegs operation wird nicht nicht wenigstens passt passt ich danke ich habe gleich mal runter gezogen ja da müssen wir noch zu karamon alles 4i hier dort gefällt mir so nicht noch nicht exiliert wurden hier wo ich mich gerade ein bisschen kommen wir da rechtzeitig hin oder ist er gleich weg sehr gut da hat hier fällt mir ich komme alles noch nicht zur kamera wenn sie machen hier sehr belastend verkleinern kann ich es auch nicht aber warte mal geht auch noch gar nicht hier kommt du aber zurück so ist halt die frage wenn wir jetzt das frieden machen muss das alles nehmen was ich will das ist natürlich nicht so tolle könnte es erstmal so machen wir lassen die hauptstadt machen das so mal kurz den kampf da beenden danke es könnte er geben wozu gehören das hier die inseln okay die inseln können mir erstmal egal sein das hier ist auch so machen ja schön ist nicht nur aber was solls was solls ich schwimm echt viel komm ich riskiere es mal was solls okay ich hoffe das geht so gut okay bisschen groß aber okay so wir lassen die 15.000 hier den rest holen wir dann rüber die fest so kann man weg ja die kann man lassen ja die kann man lassen ja die kann man lassen das wird lustig so sehr schön aber wenn sind tot naja kann man als verkraftig aufhören wie wo gut in frankreich verbindet das ist schlecht champagner verbindet die ist wo wie oben oder da die sind von england na toll ich glaube hier würde ich gerne noch eine spionage schnellzeit aufbauen dass sie kann ich vergessen das kann ich auch vergessen dann kommst du mal hier rüber na ja die stationale der konditionen ist schon recht ich komme hier noch eins hoch gehen dann müssen wir wieder ausgeglichen sehr schön wenn ihr die letzte stufe machen handelseinfluss lektiert gewicht regeneration der rekrutenreserve sehr schön das kommt gerade recht würde ich mal sagen sein bonus einen preis beschrieben unter minus 10 ja sehr schön und wir können mal land beschlagnahmen das ist auch gut sehr schön so gefällt mir das jetzt schieben sich leider alle der kondition an das ist ein bisschen und sagen mit chillen erstmal ein bisschen war ich kann hier nachher gehen und provinzen zurückgeben lassen die cupel zum beispiel ja wie findest du das passt ok gucken wir uns mal die eieren hier haben wir gar nichts fast hier oben haben wir ein bisschen oder hätte man den eigentlich fast raus bekommen können wir den noch hin dass der 700 nächsten monat raus fliegt schoffs mal gucken ja das war knapp passt 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 ja dass sie hinten das kannst du vergessen er ist gerade im krieg die krim könnte man eventuell rauskriegen ja jetzt bräuchte ich eigentlich einen händler ne jetzt ich habe übrigens einen handelsbosten gebaut das hatte ich glaube ich noch gar nicht erwähnt müsste hier ein handelshaus machen das machen wir mal machen wir mal und das ganze Eck ja vielleicht nicht alles oder komm was soll's das lass ich mir mal ein fettes handelshaus machen in der ecke so ich bin doch hoffentlich noch ein händler oder so nicht nur 38% schade muss wahrscheinlich erstmal gekurrt werden oder so dann vielleicht gut dann würde ich sagen machen wir erstmal wieder schluss von heute ich danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao ciao